In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. New York! Rasant, divers und viel, glaube ich. Allein die Kombination von Musical und Hip-Hop ist halt super spannend. Performance-mäßig ist es natürlich absolute Champions League, so über zwei, drei Stunden auf der Bühne diese lyrische Wucht einfach rüberzubringen. Es ist schon catchy, also finde ich cool. Die waren alle sehr gut, wie die Besten der Welt gerappt, das muss man schon wirklich sagen. Also schnell, langsam, konnten alles. Die waren unglaublich, das hat mich sehr geflasht. Meine Lieblingsmusikale und meine Lieblings-Hip-Hop-Song erzählen einfach große Geschichten. Hamilton war, am Ende des Tages, ein Schwerter. Und meine Lieblings-Hip-Hop-Song sind große Schwerter. Also, das war mein Weg in, um diese Geschichte zu erzählen. Ich habe tatsächlich, als ich noch eindeutig jünger war, auch Musicals gespielt als Geiger. Und ich war eher interessiert, wie diese zwei Welten, Musical und Theater und Hip-Hop zusammenpassen. Es ist ja wirklich ein Masterpiece und hat hier ja auch nicht nur die Musical-Landschaft revolutioniert und auch gezeigt, was man machen kann, wenn man diese zwei Formen miteinander mischt. Jetzt bin ich gespannt, wie das in Deutschland ankommt. Es gibt 23.000 Worte, es gibt 50 Songs. Es ist die erste Translation von dieser Show. Wir haben hier Leute aus der Rap-Szene Serafinale, der das ja übersetzt. Ist jemand, der wahrscheinlich die meisten Hits, die ihr da draußen kennt, geschrieben hat. Es ist viel mehr als nur Musik. Du bekommst ein ganzes Stück Geschichte mit. Ich finde, das sollte jeder sich anschauen. Zum einen, für die Musical-Fans wird das eine absolute Horizont-Erweiterung sein. Für die Hip-Hop-Fans ebenso. Also, das ist eine einzigartige Sache, dass diese zwei Welten so gut miteinander gemischt wurden. Und deswegen muss man sich das einfach angucken. Es ist anders in Deutschland. Es war sehr spannend, zu hören in dieser Sprache. Und ich bin froh, was die deutsche Publikationen von der Show nehmen. New York! New York! Hello, I'm Lin-Manuel Miranda. I'm the creator of Hamilton. I cannot wait to see you for the first German production of Hamilton in Hamburg. Moin, moin! Let's go! There's a million things I haven't done, but just you wait. Alexander Hamilton! I've got to before in Hungary.. ...